Zu Beginn der neuen Handelswoche sehen wir so eine Art Hurra, Corona ist wieder da, Rally, denn das bedeutet, die Notenbanken müssen weiter auf dem Gaspedal bleiben, die Wirtschaft säuft dann vielleicht ab, es wird neue Lockdowns geben, aber das ist nicht unser Problem, sagen sich die Finanzmärkte, weil was uns interessiert ist Liquidität und wenn dabei tausende von Leuten letztendlich abschmieren und über den Jordan gehen, das interessiert uns nicht. Wir wollen, dass die Flüssigkeit der Druckerei durch FED und Konsorten einfach weitergeht und das ist gleich jetzt zum Wochenauftakt die Stimmung. Zunächst diese Meldung dann schon am späten Freitagabend, Jackson Hole, diese Notenbanker-Konferenz, an der sowieso nur FED-Banker diesmal teilnehmen sollten, weil eben wegen Corona schon ausländische Gäste wie etwa Christine Lagarde dann ihre Teilnahme abgesagt hatten, auch die Bank of England etc. Also es war klar, es wird eine reine FED-Veranstaltung und jetzt findet die nicht in diesem wunderschönen schönen Wyoming in Jackson Hole statt, sondern sie findet virtuell statt. Am Freitagabend wird Shiromi dann seine Rede erhalten und jetzt sagen sich die Märkte, oh, das ist doch eine verdammt gute Nachricht, denn wenn die Konferenz schon nicht in echt gewissermaßen stattfinden kann, sondern virtuell, dann sagt das doch, dass die FED wohl kaum dann auf dieser Sitzung, die nur noch virtuell stattfinden kann und damit eine Verschlechterung der Corona-Situation anzeigt, dass man ausgerechnet dann das Tapering ankündigt und also die Reduzierung der Anleihekäufe und genau das war ja das, was zumindest im Bereich des Möglichen war. Die meisten haben gerechnet damit, dass vielleicht im September, auf der September-Sitzung des FOMC, diese Mitteilung kommen wird, dass das Tapering beginnt. Aber es ist alleine jetzt die Tatsache, dass eben dieses Treffen nicht stattfindet, sondern nur virtuell, die hier für eine Risikofreudigkeit an den Märkten sorgt, jenseits aller ökonomischen Aspekte. Das Ganze hat sich schon ein bisschen angedeutet durch Robert Kaplan, eigentlich das Horkisch der aller Mitglieder, ich hatte am Freitag schon darüber berichtet, der Marke flüstert, der gesagt hat, also ich könnte nochmal ein bisschen umdenken, wenn jetzt die Situation so ist, dass diese ganze Delta-Variantengeschichte sich verschlechtert. Und erinnern wir uns, im Juli hatte Jerome Paul auch noch davon gesprochen, naja, also er sieht da kein großes Risiko, das nimmt man nicht so ernst. Das war im Juli, jetzt wird Jackson Hole verschoben. Das bedeutet also, das nimmt man wohl doch jetzt ernster. Gleichwohl hat Christoph Barraud sehr gute Gründe nochmal zusammengefasst, warum die FED um ein Tapering gar nicht herumkommen wird. Mithin haben wir vielleicht, oder haben die Märkte, ein bisschen Zeit gewonnen, aber das eigentliche Problem bleibt bestehen. Und dieses Problem ist, es ist ein sehr, sehr enger Arbeitsmarkt in den USA. Nach wie vor haben viele Firmen Probleme, Mitarbeiter zu finden. Das zweite ist, dass die FED und andere Notenbanken die anhaltende Inflationsdynamik völlig unterschätzt haben. Das ist eines der großen Themen, die schon lange ja sich abzeichnen. Und drittens, dass eigentlich Treiber der Inflation jetzt erst beginnen, richtig anzuspringen, wie zum Beispiel die Mietpreise in den USA. Dementsprechend wird man gar nicht anders können, so sagt es Barraud. Und der gilt als der Nummer 1 Top Forecaster von Bloomberg oder der von Bloomberg immer wieder ausgezeichnet wird seit Jahren. Also der hat wirklich einen sehr guten Track Record, was seine Prognosen betrifft. Also möglicherweise ist diese Freude nur von kurzer Dauer, weil die FED gar nicht anders kann, als zu tapern. Auch wenn Corona schlechter wird. Und das hat natürlich Implikationen für die Wirtschaft. Viele werden das nicht nochmal überleben, wenn die Dinge jetzt noch eingeschränkter funktionieren werden. Hier sehen wir zum Beispiel in der Mitte diese Grafik, genau den Party Stocks. Die sind deutlich unter Druck gekommen. Unten sehen wir die sehr stark steigende Corona-Zahlen-Kurve in den USA. Auch in Deutschland ist das so. Wir sehen hier einen deutlichen Anstieg. Das RKI hat jetzt am Wochenende von einer vierten Welle gesprochen, die jetzt gestartet worden sei. Die Amerikaner sind uns darum wieder mal ein Stück voraus. Wir sehen das dann auch in nachlassenden Verkehrsbewegungen, in Mobilitätsbewegungen. Hier sehen wir mal Kreuzfahrtschiffe etwa und der Flugverkehr. Hier sehen wir, dass das deutlich inzwischen schon nachgelassen hat. Also da merkt man, es ist letztendlich so, dass hier die Leute schon vorsichtiger werden. Wiederum das kann nicht gut für die Wirtschaft sein. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel jetzt viele Firmen zuletzt die vollständige Wiedereröffnung ihrer Büros deutlich verschoben haben, nach hinten geschoben haben, in den Januar rein meistens schon. Wirklich die großen Dickfische, die das gemacht haben. Und das wird immer schwieriger, die dann in die Büros zurückzukriegen. Und wenn man sich mal vorstellt, was das für die Innenstädte bedeutet, wenn eben wieder jetzt eine Homeoffice-Welle startet, dann werden viele Restaurants in Probleme wieder geraten. Dann all diese Infrastruktur, die in der Stadt ja von dieser Laufkundschaft lebt, die dort arbeitet und dann irgendwie wieder woanders nach Hause fährt. Jedenfalls, ich hatte am Wochenende jetzt ein Gespräch mit einem Besitzer von mehreren Wäschereien. Und der sagt, es ist absolute Katastrophe. Sie verlieren Geld. Warum? Weil die Leute natürlich viel weniger Hemden abgeben, viel mehr in einer Alltagskluft sich kleiden, wenn sie zu Hause arbeiten, als wenn sie ins Büro müssen. Dementsprechend zeigt das, dass die Wirtschaft dann deutlich wieder absacken würde. Tourismus, diese ganzen Corona-Opfer, die würde es nochmal erwischen. Und das dürfte für viele dann das Todesurteil sein mit einer dann auch ansteigenden, das ökonomische Todesurteil für ihre Firmen zunächst mal mit einer auch dann ansteigenden Arbeitslosigkeit. Und hier ein hochinteressanter Artikel in der South China Morning Post, den ich Ihnen dringendst empfehlen würde. Wie kann Inflation transitory sein, wenn die Lieferkettenprobleme dauerhaft sind? Und aus diesem Artikel geht so ein bisschen hervor, ja, ihr braucht euch ja nicht wundern, wenn die Amerikaner unter Trump diesen Handelskrieg beginnen und Biden ja jetzt nicht unbedingt sehr stark nachlässt in dieser Hinsicht, dass das Ganze dann ein bisschen auch mal zurückschnappt. Dementsprechend könnte man vermuten, dass das vielleicht doch eine Art China-First-Politik ist, eine Art, naja, Revanche für diesen Handelskrieg. J.B. Morgan hat hier auch nochmal gezeigt, dass obwohl einige Rohstoffpreise sich ein bisschen ermäßigt haben, die Transportkosten dennoch überhaupt nicht sich ermäßigen. Also wir können ja zwar günstige Rohstoffe haben, aber wenn sozusagen die Transportkosten dort, wo letztendlich unsere Produkte hergestellt werden, und das ist vorwiegend in Asien, wenn die Transportkosten hier nicht weiter runter gehen, sondern weiter steigen, dann hilft uns das alles nichts. Jetzt kommen wir nochmal zu den Märkten, meine Damen und Herren, wir sehen hier die OPEX-Bewegungen, also am Freitag war ja kleiner Verfall und wir sehen, jedes Mal geht es runter, dann geht es wieder rauf. Mithin also geht es im Vorfeld des kleinen Verfalls runter, um dann wieder raufzulaufen. Am Freitag, wie gesagt, nutzte man die Aussagen von Robert Kaplan, von der Fed, für diese Rallye. Wir sehen jetzt, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2021 die zweitmeisten Allzeithochs sehen werden, seit dem Jahr 1928. Und meine Damen und Herren, es war ja danach, nach 1928, eine glorreiche Zukunft mit dann 1929 und ein bisschen eine Weltwirtschaftskrise, gell. Aber Krisen interessieren uns nicht, solange die Aktienmärkte auf Allzeithoch stehen, das ist das Fantastische. Und unten sehen wir hier den World Economic Surprise Index, also wie stark die Daten negativ abweichen von der Erwartung. Und hier sehen wir, da ist einiges passiert, es sind die Daten nicht nur in den USA, sondern weltweit schlechter als erwartet. Weil dieser Boom nicht so stattfindet, gleichwohl haben wir das Thema, dass eben das Angebot groß genug ist, oder die Nachfrage genauer gesagt, groß genug ist, um auf ein knappes Angebot durch Lieferkettenprobleme, durch Bottlenecks zu stoßen und damit die Inflation eben oben zu halten. Aber man sagt sich, who cares, gell, was ist schon Realwirtschaft, wir haben Notenbanken und wir tanzen, solange dort die Liquiditätsmusik spielt. Neues Allzeithoch mit 24,3 Billionen, hier die Bilanzsumme der FED, der Bank of Japan und der EZB. Die Investoren haben gestern, respektive am Freitag, dann immer wieder ja gleitende Durchschnitte gekauft. Ganz wichtig war dieser 50-Tages-gleitende Durchschnitt am Freitag, wieder mal der 40-Tages-Durchschnitt gekauft. Also man interessiert sich für diese gleitenden Durchschnitte, kauft da gerne ein, weil man sich sagt, ja, das Risiko einer Korrektur ist doch eigentlich gering. Wenn wir uns aber mal die Substanz, die innere Struktur der Märkte anschauen, dann sehen wir, dass, obwohl wir jetzt ganz nah am Allzeithoch sind beim S&P 500, ist die durchschnittliche Aktie 15% von ihrem 52 Wochenhoch entfernt. Wenn wir uns im Nasdaq mal anschauen, wie viele Aktien da ein 52-Wochen-Tief sogar erreicht haben, Index steigt, aber die Zahl der Aktien, die 52-Wochen-Tiefs erreichen, steigen auch. Gleichwohl könnte jetzt in einer solchen Situation, wo Corona wieder ein größeres Thema wird, zum Beispiel eine Aktie wie Amazon gut laufen, die ja korrigiert hat, jetzt ausbrechen könnte, wieder nach oben durchschnittlich sind Energieaktien sogar 30% günstiger. Und hier sehen wir mal die Anzahl, die Prozentanzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Und wir sehen, es ist eine fast permanente Verschlechterung. Also die Marktbreite ist nach wie vor miserabel. Und abschließend noch zwei Meldungen aus China. Hier will China offenkundig, wenn eine chinesische Firma in den USA ein IPO macht, dass zunächst mal die ganzen Daten an die Regierung gegeben werden. Das macht in Sachen Transparenz Sinn. Es ist sicherlich nur zum Schutz der chinesischen Konsumenten. Man macht sich in Peking solche Sorgen um diesen Datenschutz bei den Konsumenten. Also da sind die unglaublich sensibel. Also geradezu Wahnsinn, was die sich sagen. Sorgen machen manchmal um den Einzelnen. Und jetzt sehen wir, dass die Sorgen auch so groß sind, dass jetzt Xi Jinping nochmal sehr stark betont hat hier, für Reiche könnte es schwierig werden. Wir wollen den Wohlstand für alle haben. Also es ist diese ganz orthodoxe Herangehensweise der Kommunisten. Hauptsache wir sind alle gleich arm. Geld ist es besser, als wenn wir unterschiedlich reich sind. Da ist ja was dran mit Sicherheit. Unsere linken Klammerheit noch dran, dass das so ist. Also meine Damen und Herren, das ist die Situation. Hurra, Corona ist wieder da. Das feiern die Aktienmärkte. Die Wirtschaft wird es nicht feiern. Und irgendwie ist dann die Differenz zwischen Realwirtschaft und Finanzmärkten ein bisschen zu groß. Nach meinem Gusto, aber jedem, wie er es mag, Hauptsache Liquidität. Geld, Alessandre ist eh schon wurscht. Jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche. Servus und ciao.